Weiter geht's mit Anno 1800 und wir haben gerade so einen Online-Rechner ausprobiert hier im Stream. Der ist so... also, hm, fand ich jetzt irgendwie komisch. Da stand als Tooltip, wir brauchen für diese Masse jetzt 68 Fischer. Ach, glaub ich nicht. So, also wir gucken uns mal unser Dörfchen an. Guten Tag, schön, dass sie da sind. Ah, ist das nicht toll. Fischt die da? Ne, ne, die holt sich nur frisches Wasser. Die Menschen lassen sie hochleben. Ich weiß, ich bin toll. Also so möchte ich doch immer gern aus der Kirche kommen, oder? Springbrunnen vor der Tür, paar Blümchen können hier gekauft werden. Dann können die Leute sich hier noch hinsetzen. Oh, eine Fete! Eine Fete! Eine Feier! Da-da-da-da! Deine Strategie-Nerd! Ach, schön, sogar mein eigenes Lied haben sie mir komponiert. Ah, ist das toll! Ja, ihr dürft auch... ach, da sind sie! Ah, toll! das ist doch mal was oder jetzt richtig rund aber wir haben sogar seinen eigenen karine weil wunderbar ja wir können updaten machen wir nicht tut mir leid koko bananamann das war irgendwie dieser night bot gucke ich mir beim nächsten mal an muss ich noch mal umstellen die fetten geben boni gut anteil kann uns keiner kaufen dauer der feier noch 40 minuten attraktivität 250 nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht erspricht sagt aber wir wollen uns in der heutigen folge um das bier kümmern die idee keine ahnung tut mir leid weiß ich jetzt gar nicht weiß ich gar nicht so wir sind hier so an der produktionsgrenze angekommen von der abteilung hier und ich will halt hier jetzt kein bier produzieren die stadt ist schon klein genug das muss man sagen das muss alles hier drüben hin deswegen müssen wir jetzt einmal unseren kontor dazu müssen wir hier definitiv ein bisschen holzgen hölzgen mitnehmen und jetzt bin ich ja überlegen was brauchen wir noch für ein kontor stahl dann immer man zähler mit ja mehr brauchen wir nicht gar nicht das könnten wir könnten wir hier schon anfangen und tatsächlich gucken dass wir die erste produktion für schiffe hochziehen hinten ja das wäre mal das wäre mal ganz gut dass wir hier ja eigentlich also wir müssen ja nicht viel mehr machen ein depot eine hafenmeisterei wir können geschütze bauen ne wat ne flackstellung geil wir spielen auf schwer allerdings hi olkai 93 wir spielen auf schwer allerdings ohne gegner also auf dem auf dem schweren schwierigkeitsgrad wir können keine gebäude versetzen ohne dass es kostet wir können keine gebäude abreißen und dass wir drauf bezahlen nichts wieder bekommen wir haben eine sehr geringe fruchtbarkeit wir haben sehr geringe sachen hier drin wir müssen also hinterher unheimlich viel hin und her schieben das wird eine wahre freude werden jetzt müssen wir eine segelschiffswerft bauen und natürlich eine segel ist eine sägel produktion die frage ist nur wozu hänger kriegt die wolle her das kommt normalerweise von hier herz blut rein ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß dass wir die hierhin bauen das wird nicht reichen wir versuchen das mal zu optimieren müssen wir den ein höher setzen der kriegt bitte dort das ganze du kriegst 1 2 3 so haben wir das thema immer noch ein paar weitere bauern arbeitskräfte her anschaffen würde ich hier noch mal gucken dass wir einmal in die richtung noch mal gehen einfach die häuser noch mal ein bisschen anders platzieren so dass wir hier auf jeden fall auch genügend leute haben jetzt könnte schon wieder ein bisschen eng werden mit denen mit den sachen da bin ich mal da bin ich mal gespannt wollten eigentlich hier hinten hin genau den weg ziehen wir einmal weiter runter erstmals da einmal einen kleinen hafen bitte und hier wollen wir die segelschiffswerft hinsetzen das passt sich dort sehr gut wir müssen hier hinten so und so irgendwann bauen deswegen bauen wir passend zur segelschiffswerft ein lagerhaus und hier hinten neben das lagerhaus da bauen wir segelmacher so dann können wir hier nämlich die ersten schiffe produzieren und wir haben den kleinen schoner und das kanonen boot das können wir theoretisch auch schon bauen aber ich will erst mal beim beim schoner bleiben da können wir dann ein zwei bauen da können schon die ersten routen dann hin und her setzen da sind wir dann ein bisschen flexibler das geht dann eigentlich das geht dann eigentlich ganz gut so jetzt schicken wir bitte unser die beagle unser flaggschiff da brauchen wir bitte einen vernünftigen namen über chat so das ist auch hier haben wir auch hopfen aber das ding ist zu weit weg oder was meint ihr ich meine der hier ist halt näher und wir haben hier halt auch steinkohle das wir theoretisch abbauen können gleich mit rüber nehmen können könnten wir uns dort die könnten wir uns dort die kohleproduktion sparen aber steinkohle können wir glaube ich noch nicht abbauen das ist erst das erst für später glaube ich unsinkbar zwei ja genau unsinkbar unsinkbar zwei finde ich gut nein 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 unsinkbar hat mit dem ersten hat mit dem ersten kleinen teil zu tun hier von uns aber nicht mit dem anderen beagle chefes schaluppe war die nix schuld genau so und nicht anders so bierproduktion wir könnten natürlich schon den ersten uns hier updaten aber ich will halt echt erst das bier vernünftig haben ich will das hier erst vernünftig machen und nicht jetzt einem über den zaun brechen das machen wir nicht wir spielen hier eine ruhige eine ruhige nummer und machen das alles vernünftig dass wir hier keine probleme bekommen jetzt gucken wir mal sicherheitshalber hier rein die verbrauchsgüter ähm ja klar bier ne wurst bräuchten wir einen mehr ich bin halt überlegen ob wir bei der wurst nochmal ähm nochmal aufrüsten Weizen ist noch ok ne da müssten wir auch schweine machen da bleiben wir erstmal da bleiben wir erstmal bei dem wo wir jetzt gerade sind ok ja gut gut da werde ich übrigens auch aus optischen gründen einmal hier die wege fertig stellen ich finde es nur erstaunlich ich bin meistens in der ersten stunde schon im cup ja wir spielen halt langsam ähm genau so dann einmal die hier bitte na äh quatsch nein stopp 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 update so gespannt ob das funktioniert popp haha sehr cool einmal die straßen hier bitte zack und einmal straßen hier bitte so so dann läuft das auch ein bisschen fixer hier aber da vorne können wir auch nochmal updaten aber da sollte eigentlich sollte eigentlich keiner lang fahren dann sind die Produktionsketten ähm ein bisschen bisschen schneller ne und dann läuft das hier alles ein bisschen so also Segel wie sieht es hier aus wir sind bei 2 da wird produziert sehr schön aber wir sind ja auch auf der ganz langsamen Geschwindigkeit gewesen ach Gott Leute sagt auch keiner was ich hab mich schon gewundert warum das so langsam hier läuft so die wollen wir nehmen die nehmen wir einmal bauen bitte die Musik finde ich toll nicht allzu viele Änderungen hoffe ich Änderungen nein keine Änderungen what minus 100 wir sind so glücklich wie man nur sein kann hufen hysterische Menschen die euphorisch durch die Straßen von Nördbach tanzen soll es tatsächlich ein Geheimrezept für Glückseligkeit geben soll es eine kleine Flüssigkeit geben die der Chef morgens ins Wasser schüttet sie ist es einfach nur eine unbekannte Zutat wir wissen es nicht Schiffswerft gebaut und Renovierungen erhöhen die Attraktivität ja raus damit mein bester hinaus in die weite weite Welt damit so wir sind bei anderthalb tausend im Plus das sieht ganz gut aus dann machen wir hier unsere zweite Siedlung und hier ja hier müssen wir jetzt gucken was wir machen wollen denn wir könnten natürlich auch wir könnten natürlich auch gucken dass wir hier ja das ist ärgerlich wir brauchen eigentlich von ihm hier das Weizenitem ah das gibt es jetzt gerade nicht oh das ist jetzt fies das ist fies Leute das ist fies holen wir uns für 20.000 für die Handelskammer die Hopfenfruchtbarkeit und machen die erste Bierproduktion auf der Hauptinsel ich erwarte jeden Morgen mit einem Messer im Rücken aufzuwachen hmmmm oder holen wir uns für 60.000 den Weizen und machen das auf der anderen Insel ah das ist jetzt echt das ist natürlich gemein ne beeinflusst Getreidefarm ist Jender Getreidefruchtbarkeit hergestellt kostet 18.000 gerade komm wir holen uns das Ding wir machen was ein einmal hier hin bitte da holen wir uns jetzt Getreidefrucht Getreide beeinflusst Getreidefarm Getreidefruchtbarkeit bereitstellen in einer Handelskammer das machen wir uns so und dann hast du gesagt die unsinkbar heißt uninkbar dann lieber die blauen Fruchtbarkeiten die bringen dir keine Produktionsmalis ähm ja ist ich weiß aber die kostet 20.000 und die andere 60 das ist der große Unterschied und wir haben nur 70 bereit für neue Befehle unsink unsink oh Gott unsinkbar 2 vielen Dank dass wenigstens einer aufpasst Dankeschön Arald danke so was hast du mein Besser wow nein alles gut alles gut ich finde du wirst was du hast was uns alles unbekannt passt so ihr Lieben wir brauchen einen Namen für die zweite Insel das ist der Jonssieg momentan da hätte ich gerne einen besseren Namen hier fangen wir erstmal an gehen mal in die Richtung wir fangen bitte mit bauen jetzt machen wir uns als allererstes ein Marktplatz da bitte welche da bitte welche da bitte welche so so gut also ein bisschen Holz können wir hier bauen würde sagen machen hier aber auch nur einmal Holz tja und bauen wir das Ding hin ey irgendwie so eine verklüftete Ecke hier oben ne ist alles doof wir machen das dahin einmal dahin müssen sie natürlich jetzt Holz anpflanzen aber das ist dann so den einmal dahin so dann produzieren wir ja zumindest schon mal ein bisschen genau nahe dem Kontor dann produzieren wir da zumindest schon mal was und können die jetzt schon mal loslegen da sind wir unterwegs und sind wir jetzt dabei die Schaluppe zu bauen ja einmal eine Schaluppe bitte top können wir da nämlich auch schon weitermachen wunderbar so was fehlt ein Würstchen ich weiß mein Wester ich weiß ja komm dann müssen wir jetzt tatsächlich na das ist jetzt ärgerlich müssen wir jetzt hier echt noch eine weitere Weizenproduktion aufbauen dann brauchen wir noch mehr Würstel aber das kriegen wir das kriegen wir hin so eine weitere Weizenfarm so dann brauchen wir hier eine weitere Würstchenproduktion kann ich die nicht einfach so kopieren oder sowas gibt es noch so einen Kopierenstempel mittlerweile weiß ich es gar nicht naja verdammt so ein Silo und fünf Schweinchen eins zwei drei vier und fünf dann sollte das passen dann werden wir uns die Metzgerei einmal da drüben hin kopieren dann sollte das zumindestens auch für die Würstchenproduktion dann passen dann haben wir da auch kein Problem mehr das hatten wir ja schon von vornherein gesagt dass das wahrscheinlich nicht ausbleiben wird und dann machen wir das jetzt so das Schiff erscheint mir doch etwas größer als es am Ende wird aber hey mein Gott so wir sind angekommen Admiral auf der Brücke bitte einmal die jetzt muss man genau lesen Getreidefruchtbarkeit bereitstellen Kaufpreis 18.000 Produktionsmali 15% kein Problem beeinflusst Getreidefarm einmal kaufen bitte ja du hast den Vogel abgeschossen und du gehst bitte dahin so so mukwidat sehr schön okay so hier machen wir ein bisschen in ähm Produktion hier müssen wir natürlich auch gucken dass die auch so halbwegs zufrieden sind jetzt brauchen die sowas wie Fisch oh Gott ein einmal Fisch bitte ich ver- nein um Gottes willen ich versuche hier übrigens alles selbst herzustellen also diese Insel sollen reiner Selbstversorger werden sodass wir hinterher nur das Bier rüberkriegen ich hoffe dass wir bei dem Bier aber ich habe ja da brauchen wir 75 für wir werden also wahrscheinlich wir werden wahrscheinlich die Endproduktion des Bieres hier nicht machen ähm aber wir werden versuchen aber wir werden versuchen die Melzerei ah da brauchen wir auch solche Leute für ne ich will hier die gesamte Endproduktion ähm haben Schiff vom Stapel gelaufen ich will das Bier von hier runter haben 5 Silos pro Farm eine Weizenfarm kann 10 Silos versorgen warte 1 2 3 4 äh 5 5 tut sie so einfach weil es geht damit es ein bisschen damit das mal ein bisschen hübscher aussieht hier boah ist das toll so Schiff vom Stapel gelaufen so schnell sehr cool einmal hier rüber müssen dringend ein bisschen Holz rüber schaffen tja jetzt ist die große Frage was machen wir ähm rösten wir die zweite Insel wirklich komplett aus sodass wir da irgendwann nur noch Bier von produzieren ich würde sagen ja denn wir müssen hier auf dieser Insel einfach auch ein bisschen ähm praktisch denken vielleicht müssen wir das irgendwann wieder abreißen ich weiß es nicht aber ich würde das tatsächlich so machen und langfristig das wird aber erst mit den Handwerkern glaube ich kommen ich bin mir nicht ganz sicher ähm würde ich gerne das Teilen der Arbeitskräfte machen mhm da müssen wir dann irgendwann mal da müssen wir dann irgendwann hin dass die ihre Arbeitskräfte teilen das wird dann glaube ich noch ein bisschen noch ein bisschen effizienter sein ok ok also na das sollte passen wie viel haben wir denn jetzt oh wir könnten auch Seife verticken das wäre meine Möglichkeit ist unser Schiff schon wieder da ne dann würde ich sagen verticken wir als nächstes mal Seife hier unten hin ne ne wo war's denn ah das hätten wir gleich mitnehmen können ne ne das war hier unten bei bei Eli ah verdammt Verkaufspreis 384 das ist natürlich das ist natürlich nicht schlecht ne da hätten wir ordentlich da hätten wir ordentlich Asche mitmachen können aber wir brauchen da definitiv ein Haus was verteidigt ist so also Fisch haben wir Klamotten haben sie noch nicht machen wir hier einmal weiter mit Häusern so das sieht doch schon mal ganz gut aus auf unserer neuen Insel wo hier vernünftig gewuselt wird der Pendler Kai kommt echt erst bei den Ingenieuren ah verdammt ja da müssen wir so lange da müssen wir so lange warten aber wie gesagt ich will jetzt hier die Bierproduktion komplett haben ach wer kommt denn da der Fischer wir haben ein neues Zwischenziel erreicht ach guck wir sind ein Dorf ja schön jetzt können wir hier auch endlich Schnaps produzieren was gar nicht geht weil wir hier keine Kartoffelfruchtbarkeit haben ah verdammt da müssen wir hier Schnaps rüberbringen verdammt 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 dann müssen wir Schnaps und Klamotten tatsächlich tatsächlich für alle auf der Hauptinsel produzieren Flaggschiff erwartet Anweisungen wer hat die niedrige Fruchtbarkeit eingestellt ja aber das ist ja genau der Grund warum ich es eingestellt habe das ist ja genau der Grund warum ich es eingestellt habe es soll ja eben nicht es soll ja eben nicht so einfach möglich sein einfach alles überall zu produzieren schnaps war sein letztes Wort dann trugen ihn die Englein fort ja das wird mir hoffentlich nicht passieren ähm habe ich übrigens hier die Tageszeit aktiviert habe ich gar nicht aktiviert ach so Aschmann wir wollen ja hier mit Tageszeit spielen das gibt es ja wohl gar nicht so das können wir natürlich auch einfach mal so einen Typen hier updaten ach das ist natürlich jetzt ärgerlich aber machen das trotzdem oder gehst auf Speed und sorgst dafür und sorgst dafür das Forschungszentrum zu bauen ne 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 Speed nein das mach ich wir wollen das hier vernünftig wir wollen das hier vernünftig machen ähm rennt ihr schon wieder was? ne da 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 kein Feuer ok jetzt gucken wir mal wie viel wir haben alle Inseln Seifenproduktion ähm passt Klamottenproduktion und Schnapsproduktion ist halt an der Grenze also wir müssten da tatsächlich noch noch ein mehr bauen krass 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 aber das wäre ja kein Problem wir könnten ihn ja tatsächlich kopieren wieso wir haben ja genug Getreide dann werden wir eins zwei drei so einmal da bitte einmal da bitte wir werden mal schauen dass wir hier einen Weg entlang bauen und das Gebäude einmal dahin flogen so haben wir auf jeden Fall da genügend jetzt müssen wir natürlich hier wiederum mehr Leute ähm machen weil wir jetzt wieder mehr Bauern brauchen können wir schauen dass wir hier die Ecke jetzt zu pflanzen wir wollen ja auch hier langfristig wollen ja auch dort langfristig mehr haben können wir dort auch schon wieder ein paar Häuser bauen die kriegen auch direkt vernünftige Straßen und so die Allee wird hier auch weitergeführt dort auch nochmal ein paar Häuser da na heil im Himmel Herrgott okay das sieht doch halbwegs gut aus alles klar so das sieht alles okay aus gut also dann sollten wir hier jetzt ein bisschen Weiz ähm ähm Schnappes und sowas haben das müssten wir dann rüber transportieren können mit unserer Schaluppe und da können wir schon mal die erste die erste Route einrichten jetzt ist so die Frage wir wollen eine Handelsroute haben von äh dort nach Dingens und äh bei dort wollen wir bitte ah Klamotten sind nicht so viele da wir nehmen mal am Anfang nur ähm 5 mit und wir laden ebenfalls nur 5 Schnaps ein mal gucken ob sich das bewahrheitet hier wird es entladen Fracht entsorgen auf die Löschung warten ähm wir werden hier bitte auf die Löschung warten wir werden hier nichts entsorgen ja ja genau ok und annehmen bitte und hier werden wir dann später Bier nach da bringen und auf die Löschung warten und auf Waren nicht warten annehmen ok so da gibt es ein paar Probleme wir haben noch kein Bier und so ein Zeug aber dann wird er jetzt zumindest er sollte jetzt losfahren ah ich habe kein ich habe natürlich kein Schiff zugewiesen das ewige Leben bitte zack genau das gibt es noch nicht Bier haben wir auf der Route noch nicht aber zumindest werden wir jetzt so die Grundbedürfnisse schon mal rüber stecken da brauchen wir uns dann Gott sei Dank nix drum kümmern ja dann das Dübel-Türm gleich nochmal entsprechend Holz rüberbringen das brauchen wir hier gerade nicht und ein paar Stahlträger das sind 20 neue Befehle ja definitiv einmal da hinten dann können wir das hier auch weiter bauen und dann hier ebenfalls noch weitermachen so die brauchen ein Wirtshaus so passt okay so wie sieht es ansonsten aus Schnaps ist unter den das ist unterwegs und fisch haben sie hier wenig echt wie sieht sie mit einer lokalen fischproduktion aus ist aber okay also unterm strich unterm strich läuft es aber der schoner kann nur zwei waren transportiert das ist kein problem das ist kein problem der schoner kann nur zwei waren gleichzeitig transportieren das ist richtig aber er transportiert von insel 1 nach 2 zwei waren und von der station zurück transportierte auch zwei waren und erwartet hier aufs löschen hier vorne habe ich ja die hoffnung dass er hier niemals gelöscht wird deswegen hoffe ich dass es passt aber das sollte das sollte so gehen jetzt muss man natürlich einmal unseren kram entladen so hallo henning hi henning hennings rgb gb gbg guten abend an dich und deine an deine zuschauer wir spielen anno 1800 sind gerade bei unsere bier produktion aufzubauen wir haben ja und gucken mal wie es ja weitergeht hallo mike schön dass da ist der rest des nachnamen und mein wohnort ok alles klar hi henning danke fürs folgen so es wird nacht im starten wird noch mal gucken ist das hübsch wir müssen gleich mal im dunkeln durch unser dörfchen laufen aber jetzt bauen wir erst mal im dunkeln ist gut munkel jetzt wollen wir erst mal im dunkeln hier weiter wir wollen nämlich ganz dringend einmal sehen wie sieht es hier aus wir haben hier ja drei und drei müssen wir das aufrüsten ist das hübsch er ist schon wieder unterwegs mit fünf nee das müsste gerade noch so reichen dann haben wir es nämlich hier für für das thema schnappes haben wir es hier und für das andere thema auch ja können wir hier nämlich die ersten leute updaten und dann müssen wir uns jetzt überlegen wo wir eine neue kampagne cool ja wir spielen hier vielleicht mal ganz ist vielleicht mal ganz spannend okay gut also dann brauchten wir hier mal gucken jetzt können wir schon updaten das ist super und jetzt müssen wir einmal gucken dass wir hier rüber kommen einmal darüber kommen das sieht gut aus und jetzt will ich aber mal bei nacht zu unserer hauptinsel fahren nach nördbach dann müssen wir einmal hier ist irgendwas los ja das ist das ist dann jetzt einfach so ja will ich jetzt einmal bei nacht hier einmal bei nacht hier langlaufen ähm welche einstellungen sind denn falsch welche müssen wir denn ändern bei der schonende rute wo ist denn und jetzt echt wenig los in der nacht ne echt faszinierend da ist die kneipe da hinten wollte ich hin das bier ähm was muss denn da raus da ist doch noch relativ viel los hier bei nacht ne hennig mach's gut schön dass du da warst ehrlich sieht doch echt schick aus bei nacht muss ich sagen okay wir gehen wieder rüber mitternacht nach jonsing jetzt muss auf slot 1 oder 2 ähm das können wir beim nächsten mal dann machen wir produzieren hier noch kein bier im schlimmsten bauen wir uns einen zweiten schoner da sehe ich da sehe ich jetzt tatsächlich das das geringste problem wir brauchen wahrscheinlich dann so einen zweiten schoner ähm das kriegen wir schon das kriegen wir schon hin aber jetzt müssen wir halt gucken ich würde das bier ähm hier hinten bauen beziehungsweise wir müssen ja den weizen auch abbauen und den weizen den wiederum den würde ich gerne hier unten produzieren hier hin und das hätte ich und das hat auch einen Grund ich hätte gerne einmal ein Lagerhaus hier in die Mitte so und eine Handelskammer wo ist sie da da hin bereit für neue Befehle so muss ich mal gucken das Item ist schon da und dann werden wir hier bitte ja da brauchen wir Steine für ach verdammt das haben wir hier nicht ah Mist da müssen wir hier tatsächlich Ziegel rüberbringen das ist ärgerlich aber okay gut hey ist dann so einmal da hin na hallo unsinkable bitte ah es wird Zeit dass wir da hinten einen neuen Hafen bauen warte auf die warten auf die Ware ist eine beliebte Methode um Anlegestellen zu blockieren ähm Waren einstellen die man gar nicht hat ja ähm ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß deswegen müssen wir weitere Anlegestellen bauen wir müssen das ähm nach und nach wirklich strukturieren und die 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 gesamte der der Handel der da hingeht muss eigentlich hier hin damit das wirklich direkt und schnell funktioniert da müssen wir dann nochmal ran aber es ist wie gesagt äh wir spielen erst wir spielen erst knappe 3 Stunden oder 2,5 ähm das machen wir dann beim das machen wir dann beim nächsten Mal wir sehen die Stadt an sich läuft so weit aber wir können jetzt auch einmal gucken dass wir mit dem Schoner der funktioniert dass wir hier auch gleich 50 Seife 50 Seife einladen und ähm hier einmal ein paar Ziegel dann rüberbringen und und all sowas ja das können wir jetzt einmal alles das können wir jetzt einmal alles machen wir können ein bisschen schneller machen bereit für neue Befehle können wir jetzt auch da brauchen wir auch dann für diese Fahrerei brauchen wir uns hier nicht abmühen nehmen wir mal 40 mit rüber dann haben wir erstmal genug und was brauchten wir noch Segel haben wir auch genügend Seife haben wir 100 und dann nehmen wir mal ein 50er Stack mit ähm das Handelsroutenmanagement ist ein Albtraum äh ich muss mal gucken ob es da eine Mod für gibt bei den Nexus Mods ich weiß das kann manchmal sehr kompliziert sein so aber jetzt will ich einmal gucken ob wir hier vorne das habt ihr mich nämlich auf eine auf eine Idee gebracht ich will tatsächlich mal schauen dass wir zumindestens ein Depot nochmal bauen ja das können wir hier hinten relativ weit ausbauen ein Depot wird zumindestens die Kapazität erhöht eine Hafenmeisterei finde ich glaube ich momentan nicht so sinnvoll zumindestens das Lager finde ich gut ja bei den nächsten bei der nächsten Stufe sollten wir dann noch ein paar andere coole Sachen kriegen aber zumindestens haben wir dann hier wenigstens wenigstens ein Lager und wir könnten auch eine Keimbauer bauen dann könnten wir die Fischerei hier hinten hinsetzen und all sowas aber das sehen wir dann da haben wir zumindestens schon mal ein bisschen mehr Depot Kapazitäten ach guck mal aufgehende Sonne ah ist das toll wie die Vögel jetzt zwitschern so eine Lichtspiele finde ich wirklich wirklich schön ich hoffe das ist okay für euch auch gerne später bei YouTube einmal in die Kommentare schreiben ob ihr das mögt ansonsten mache ich das auf die Mittagszeit ich weiß bei einem der Let's Plays bei City Skylines genau da war es da gab es regelmäßig Probleme ja Wunder auf Lager Glück und Licht solange es nichts negatives ist veröffentlichen wir das so wie gesagt wir spielen mit wenig Einfluss ich finde das aber trotzdem schon mit wenig Einfluss mit 169 finde ich es schon ganz schön viel wenn ich ehrlich bin ich meine wir spielen auf Einfluss niedrig oder ich glaube es war niedrig ne ähm das finde ich schon ganz schön viel aber okay gut also einmal die Steine rüber dann kannst du dich bitte auf den Weg machen einmal da müssen wir vorsichtig sein wir müssen Steuermann einmal zickzack fahren einmal dahin so einmal dicht bauen bitte den da rein jetzt müssen wir für die Bierproduktion sehen wie viel wir wirklich brauchen also eine Minute also zwei davon auf einen davon und dann haben wir auf jeden Fall genug Malz für die Bierproduktion ja das kriegen wir hin das heißt wir können damit schon mal anfangen und das heißt immer noch unsichtbar unglaublich unsicht bar so nur aber okay gut wo sind wir da sind wir jetzt geht die Sonne auch noch so schön auf ne wir kümmern uns hier um alles herrlich herrlich ja ich arbeite ja dran mein Freund ich arbeite dran so 144 ein Hof ohne Felder ja es passiert hier halt das ist Anno so da machen wir nicht so viel Wert auf Hübschigkeit das muss nicht sein dann Hopfen das machen wir hier hinten so und dann brauchen wir einmal so 1,30 sogar ei 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 ähm da sollten wir also da sollen wir also zumindestens auch zwei Stück von bauen brauchen die schon direkt die brauchen nur die normalen Arbeitskräfte dann werden wir die oben hinsetzen Hopfen farmen so einmal da die 96 bitte so dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt die Hopfenproduktion dann brauchen wir hier hinten Malz das machen wir aber nicht da sondern das machen wir hier das will ich einfach hier unten nicht haben denn hier ähm verquasen wir ansonsten zu viel Platz so da brauchen wir jetzt schon die entsprechenden Leute für zack so die wollen jetzt natürlich noch Würstel die wollen jetzt hier natürlich noch Würstel haben die Würstel können sie haben das kriegen sie das das produziere ich dir in dem schlimmsten Fall noch ähm das kriegen wir das kriegen wir hin so eine Würstelproduktion ich denke eine können wir hier noch hinkriegen nur gucken dass sie nicht zu viele Bedürfnisse irgendwann haben uah so du fährst einmal hier hin müssen wir ein bisschen was verkaufen und dann brauchen wir auf jeden Fall ein tja ist die Frage bauen wir ein Kanonenboot auch direkt mal mit Brachtplätze nur eins ich würde sagen ein Kanonenboot und ein Schoner noch danach wir auf jeden Fall genug haben und Unterhaltskosten 100 ja ok komm das ist alles ok das kriegen wir alles hin wir sind bei 1200 Geld fließt im Moment das ist ok jetzt müssen wir hier hinten noch einmal drüber nachdenken dass wir dort Häuser brauchen denn die hier die wollen wir updaten diese Häuser das haben wir 92 das sieht erstmal ganz gut aus dann müssen wir natürlich auch gucken dass die bei den dass das bei den Bedürfnissen klappt haben wir irgendwo Probleme im Moment noch nicht ok gucken wir mal ganz kurz bei den Klamotten und das sieht auch alles gut aus ok gut also das passt jetzt sind wir bei nur noch 700 boah ist das wegen der Fete gewesen eieieieiei das bringt ja doch dann etwas mehr als erwartet ne na gut wie viel Würstel haben wir denn hier übrigens übrig wenn der Nerd denn nicht Häuser baut ähm wenn er die Bevölkerung erhöht ich produziere noch keine Kanonen nein den Satz habe ich nicht verstanden Eisen können wir auch verticken ähm Seife ist noch ok produzieren wir denn genug Würstel auch nicht so wirklich ne sieht es denn aus mit der Würstchenproduktion also wir haben eine Würstchenüberproduktion Seife auch aber wir machen mal lieber unsere eigene Würstchenproduktion auf der anderen Seite ich denke ich denke das ist sicherer so sind wir hier wieder ein bisschen zu Holz gekommen ok also nächstes Thema Bier aber ich würde gerne erst in Richtung der Würstchen gehen und da bleiben wir mal da bleiben wir mal hier unten 1 2 3 4 und 5 und einmal die Würstchen bitte so doch wir hatten doch doch wir hatten Kanonen wir hatten genau 6 oder 7 Kanonen dabei also das das Schiff hat tatsächlich Kanonen an Bord meine ich das müsste doch das ist ausgestattet ansonsten hättest du das glaube ich nicht bauen können aber das das hat tatsächlich Kanonen an Bord so bereit zum Ausbauen das brauchen wir nicht versteckt die Flaschen der Boss kommt ja komm alles gut wir sind im 18. Jahrhundert nicht in der nicht in der heute Zeit so also Würstel werden produziert dann werden wir jetzt hier die erste Bierproduktion starten zack und dann sollte auch endlich das Bier fließen so dann bauen wir noch weitere Häuser aus dann gucken wir mal dass wir damit hoffentlich zurecht kommen und wenn hier die Würstel produziert werden ich würde sagen wir machen jetzt die Bierproduktion mal aus dass wir erstmal jetzt die Würstchen produzieren damit sollten wir dann hier die genügend Leute hinkriegen dass das hier auch passt okay so einmal da unten hin verkaufen wir mal unsere Seife 20.000 mega sind noch irgendwas interessantes dabei Wartungskosten Produktivität uh der ist mächtig aber er kostet auch 34.000 ne da machen wir jetzt nichts aber mächtig ist er auf jeden Fall minus 30% Arbeitskräfte ist schon Arbeitskräfte ist schon schon mal eine Ansage also kann man schon mal mit leben so wie sieht sie überhaupt mit ähm 11 und 9 das sieht alles in allem ganz gut aus sieht es mit Würstchen aus die ersten Würstchen kommen mal ein bisschen schneller hier hinten sieht es auch gut aus Bier ist in Produktion und können wir bis das gebaut wird eigentlich uns mal überlegen wie wir hier diesen diesen Schulplatz gestalten den haben wir auch noch den haben wir auch noch offen und Industrieornamente hatten wir auch noch eins da wollte ich ja da wollte ich ein paar Fässer bauen das müssen wir gleich machen das haben wir hier auf jeden Fall Stadt also Plakatwände vom Stapel gelaufen auf jeden Fall sollten wir bei der Schule eins und ein Verlass der Mächte so auf jeden Fall sollten wir hier ein paar schöne Plakatwände bauen damit die Schüler wenn sie hier lang gehen auch gleich wissen wonach sie sind dann eine Litfaßsäule das finde ich auch schön oder ein Maibaum nee wir brauchen hier irgendwas zum spielen ich meine das ist eine Schule so Schneekugeln Portraitzeichnen Kinderspielplatz der wiederum finde ich zu großen Sandkasten mit Rutsche ja das ist gut tja dann vielleicht noch nein Brunnen für Kinder weiß ich nicht kleines Bäumchen und einfach mal irgendeinen ungenutzten Platz davor der sieht natürlich extrem unschön aus aber ich denke das ist okay ja genau dann können sie hier spielen paar Bäumchen die Eltern können hier unsere majestätischen Plakate begeistern oder ja ich denke das ist okay die Anno Union und von der Seite der Palast den wir irgendwann für unsere Königin bauen werden ich bin schon gespannt drauf man weiß es nicht man wird es man wird es sehen so er muss immer noch geupdatet werden ähm was hast du ach verdammt ah wir haben vergessen eine Straße zu bauen so nun aber Mist da habe ich nicht dran gedacht so einmal hierhin jetzt haben wir Würstel das ist gut jetzt bauen wir hier weitere Häuser aus denn wir brauchen sie haben ein neues zwischenziel erreicht nein keine Hafenstadt nein dann brauchen die neue dann brauchen die neue Sachen jetzt brauchen die auch noch Brot hier drüben aha und eine Kirche das ist ja doof egal starten wir die Bierproduktion dann haben wir das zumindest da es ist die Frage ob wir nur mit einer Kirche die hier bauen können ne können wir nicht da müssen wir noch ein paar Waren rüber schaffen das machen wir bei YouTube aber in der nächsten Folge macht's gut